hallo und herzlich willkommen zurück bei k live unser häuschen ist ja quasi fertig und ich hatte mir überlegt wir waren jetzt schon im schnee aber ich war noch nie am meer ich bin noch zu satt zu ok die sich jetzt einmal kaputt dann nehmen wir mal die neue sichel ok das ging jetzt noch schneller da ist ein wolf ach weißt du was den sollten wir schaffen na komm sehr gut niemand so oh na komm ok einen kompass habe ich mir jetzt gar nicht hergestellt den habe ich ganz vergessen ok so na goblin ich schreck mich nicht so na komm sehr gut so so geht runter da da haben wir so richtig eine schlucht kann man da irgendwo wieder hoch und runter gehen da ist ein koppeln da ist ein koppeln so ich kann es dann einfach probieren so 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 Die müsste ich ja eigentlich klar, sodass sie was machen können. Okay, da kann ich nichts herstellen damit. Aber theoretisch müsste ich dir im Ofen die Glas machen können, wenn es schon sowas wie die Glas gibt. So. Ja gut. Na komm Na komm ja, Rimp Ah, da komm ich nicht durch Weiß aber jetzt nicht wieso So, dann schauen wir mal Aha, unter Wasser leben ganz normal die Kreaturen, okay Das macht noch keinen Unterschied Kommt vielleicht ja noch Noch nicht, aber vielleicht irgendwann So Na Na komm, machen wir da mal Damit haben wir da noch ein bisschen Harz So So Okay Okay So, komm hier, gehen wir alles Wunderbar So Wunderbar So da geht es weiter so wir könnten hier noch machen und hier und hier da kommen wird wieder hell ich möchte wieder hochgehen man kann wenigstens nachts schön ressourcen sammeln alex schön auch schon tut ja toll also finde ich natürlich jedermanns eigene sache sowas gefällt was haben wir jetzt alles gesammelt ja auch so zwei leder okay und ja krumm ist weiter ja krumm regeneriert dein leben na jetzt habe ich was okay so na komm her goblin jetzt kann ich dich kloppen na komm her goblin so da bin ich in der schlucht untersucht komm her ja und komm geh drauf sehr gut sehr gut da hinten ist mein haus ist echt wieder geschafft cool ich muss jetzt dann mal schauen ob ich alles von Kompass hätte das nervt mich nämlich jetzt so ja und einfach das mache angezeigt von in der Karte oh mhm okay so hallo raus jemand zu hause Nein? Okay. Bin ich okay. Erstmal daher. Der Rest daher. Sand könnten uns jetzt eigentlich schon mal einschmelzen können. Ach nee, nicht daher. Äh, ich melze daher. Wie geht das mit Sand? Was kommt da? Nö, da kommt nichts raus. Schade. Naja, probieren kann man es ja. Äh, machen wir doch erst einmal das da. Dann sagen wir das da. So, gewerfte. Sehr gut. Und dann... Und dann sagen wir daraus. Gewerfte. Neun, okay. So, jetzt gehen wir mal kurz schauen, was wir für den bräuchten. Da haben wir ja das und das. Okay. Gewerfte. Und den müssen wir jetzt, glaube ich, darüber legen. Genau. Und jetzt ziehen wir uns sogar in der Karte. Genau. Cool. Wir waren da unten am Wasser. Wir waren oben im Schnee. Und ihr seht, wir können einen Mini-Teil der Karte. So. Gibt es Sand auch, ja? Ja, ich würde sagen, wir geben Sand auch, ja? Nein. Ja. So. Das da. Daher. Und die gehen wir da rein. Und da bräuchten wir irgendeine andere Lösung, damit das nicht immer so im Weg steht. Haben wir jetzt alles Eisen verbraucht? Nein. Ja, aber abholen müssten wir es halt, ha? Ja. Ja. Okay. Spruce Wood, Oak Wood. Oak Wood. Oak Wood. Oak Wood. Okay. Das andere habe ich deutlich seltener. Mal schauen, das können wir beim nächsten Mal ändern. Also, ich sage, bis zum nächsten Mal. Ja, gibt es heute hier eine kürzere Folge. Es sind trotzdem 20 Minuten. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Also, ich sage, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020